Musik 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 So, der Nico und ich sind wieder da an der Alpspitze Ferrata und heute ist das Wetter perfekt der Nico pieselt gerade und wir probieren uns auf ein neues Los gehts Los gehts Hi Meine erste Verletzung heute Geht schon wieder gut los Stell dich da mal hin, dann können die anderen vorbei Na gehts Schelle Bis zum nächsten Mal Schelle 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 Ja, wir haben hier auf dem Alpsplitzverrater eine Menge Spaß. Mal abgesehen davon, dass ich übelste Magenschmerzen habe und meine Energie gleich Null ist, kommen wir eigentlich ganz gut klar. Jawohl. Ich habe Bock, ob ihr zu 1h11 mitkommt. Das kriegst du jeden. Ich will es nur noch anbieten. Ja. Ja, aufbald ich legen auf das K north. Ihr seid sicher. Herrmann hat sicher! Die Seite kann nicht reißen, oder? Nein. Die kann man auch nicht präferieren, oder? Nein. Fast da oben. Nico, kommst du klar? Was? Kommst du klar? Das ist ein Klettersteig. Das ist dein Schuss. Das ist ein 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 Schuss. So, dann Nico ist ein Klettersteig drauf. Sein Erster. Ja, ja, ja. Und auf der Alpspitze. Sehr geil. Mein erster Klettersteig, ja. Hier rechts wird Poesie geübt. Ja. Stefan, alles gut zum Geburtstag. Gebooster sind heute. Nicht der erste, oder? Nicht der erste, oder? Nicht der erste. Ja. Die erste. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Und eine Sensorrechnung? Der Abstieg in der Nordwand. Der Superstau. So, da haben wir es ja schon fast geschafft. Noch mal die Höhlen besuchen. Achja, ich habe gerade ein paar von euren Whatsapp Nachrichten gelesen. Tado, ich liebe dich, du bist mein allergrößter Held, weil du so charmant bist. Wir haben es geschafft, wir waren auf der Alpspitze oben. Jetzt müssen wir schauen. Ja. 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 Ja.